Konnte Max Adrio, 32, das Dream-Date mit Maxime Herbert, 27, genießen. Langsam geht die Liebessuche bei der diesjährigen Bachelorette in den Endspot, nachdem die Influencerin Publikumsliebling Siko Banach, 30, nach Hause schickte, kämpften nur noch Max und sein Konkurrent Raphael Fasching, 23, um das Herz der Brünetten. Auf dem Dream-Date kamen Max und Maxime sich näher, wie das Date für ihn war, hat der Bo jetzt Bommelflash verraten. Das Duo unternahm einen Schnorchelausflug, bei dem es in einer Höhle schwimmen sollte, das traute der Investmentberater sich aber nicht, weil er generell kein Feen vom offenen Wasser ist. Maxime schwamm darum alleine hinein. Trotzdem fand der 32-Jährige das Rendezvous mit der Rosenverteilern schön, wie er Brommelflash erzählte, klar war das Date im Wasser nicht mein Lieblingsdate, aber die Momente, die wir dort zusammen erlebt haben, waren unvergesslich. Wir haben tolle Gespräche miteinander führen können und eine traumhafte Kulisse um uns herum gehabt. Insgesamt habe der Stuttgarter das erste Übernachtungsdate mit der 27-Jährigen sehr genossen. Wir haben tiefgründige Gespräche führen können. Ich denke, wir haben danach beide ein besseres und entspannteres Gefühl zueinander gehabt, schwärmte Max. Alle Infos zu die Bachelorette auf Tfno. Tipps für Brommelflash? Einfach e-mail in tipps-at-brommiflash.de Die Bachelorette auf Tfno. Die Bachelorette auf Tfno. Untertitelung des ZDF, 2020